herzlich willkommen zum heutigen video heute fünf alternativen neben alibaba wo ihr noch nach produkten schauen könnt und hierzu steigen wir einfach direkt ein das erste wäre DHgate eine chinesische webseite neben alibaba einer der größten wo ihr nach produkten schauen könnt hier einfach mal eintippen was ihr suchen wollt auf englisch registrieren ist kostenlos und einfach loslegen am besten ist es wenn ihr euch ein formular beziehungsweise ich könnte auch im nächsten video drüber machen euch oder euch ein formular schicken dafür einfach mal die e mail adressen per e mail mir eine nachgeschreiben und ich könnte euch das so zu schicken oder ich mache halt dem nächsten video dazu denn es ist sehr wichtig sehr sehr wichtig wie ihr die hersteller anschreibt das könnte darüber entscheiden ob sie euch zurück schreiben oder nicht denn sie wollen natürlich langfristig mit leuten arbeiten und nicht nur mit leuten die einmal was bestellen und dann wieder wollen möglichst mit leuten zusammenarbeiten die halt wie gesagt langfristig mit denen arbeiten und die großen mengen bestellen ihr müsst euch einfach vorstellen die haben halt maschinen die haben mitarbeiter und für sie rentiert sich mehr wenn die maschinen acht stunden 16 stunden durchlaufen oder sogar 24 stunden durchlaufen als wenn sie nur einmal irgendwie vier stunden durchlaufen dann stehen die arbeiter da also dem nach sortieren die schon aus wo sie schon ahnen okay mit denen könnten wir langfristig was geschäftlich was durchziehen oder halb nicht deswegen sehr sehr wichtig wie die anschreibt wenn ihr wollt kann ich euch ein template dazu geben wie ich die hersteller anschreiben und am ende ist es einfach copy und paste wenn ihr diese vorlage hat einfach nur erstmal aussortieren von den schlechten aussortieren und einfach die kontaktieren es ist nicht schwer und einfach anstrengend schreiben keine angst wie gesagt und ich würde hier habe ich schon mal letztens erwähnt über 20 hersteller anschreiben denn das ist sehr wichtig es werden von den 20 vielleicht 5 oder 8 nicht zurückschreiben 5 schreiben nur scheiße oder die schreiben nur zwei sätze und die anderen übersehen vielleicht ein paar fragen die gestellt habt und nur drei oder fünf schreiben halt in ordnung und das reicht halt nicht ihr wollt halt möglichst viel über die hersteller wissen beziehungsweise über das was sie anbieten über den preis über die qualität die bilder sehen das sortiment und demnach ist es halt sehr wichtig dass ihr mehr zur auswahl habt mehr hersteller zur auswahl habt von denen ihr lernen beziehungsweise sehen können was sie anzubieten hat die nächste webseite wäre wer liefert was hier habe ich schon mal zur veranschaulichen veranschaulichung einfach mal werbenflasche eingegeben und da seht ihr könnt ihr einfach eine firma himmelgrün hier zum beispiel einfach mal kontaktieren die haben 36 produkte im sortiment und einfach anschreiben ich bevorzuge selbst bevorzuge selbst chinesische hersteller anzuschreiben aus dem einfachen grund weil sie halt viel viel billiger sind und da kann ich einiges sparen das mag vielleicht der eine oder andere halt nicht machen wenn die kriegskasse halt etwas gefüllt ist könnt ihr auch europäische hersteller anschreiben und diese rechnung muss einfach jeder für sich machen die nächste webseite wäre all bis hier auch das gleiche einfach machen könnt ihr euch durchlesen hier unten was die anbieten die details von dem produkt die bewertung falls sie welche haben und einfach mal kontaktieren und los geht's einfach starten wir müssen einfach starten wenn ihr euch eure hausaufgaben richtig gemacht hat die andere videos auch schon von mir gesehen habt oder noch fragen habt einfach fragen und dann wenn ihr genau wisst worauf es ankommt bei amazon fb da müssen wir einfach starten und auf dem weg werdet ihr noch viel viel mehr dazu lernen ich selbst habe auch so angefangen ich wusste nicht von anfang an alles aber ich habe einfach mal angefangen der mindset muss wirklich da sein also ihr muss einfach anfangen und dann das wissen wird sich nach und nach aufbauen und so kommt ihr voran aber wichtig ist anzufangen wirklich anzufangen die letzte seite ist industrie stop die seite habe ich selbst ehrlich gesagt noch nicht benutzt aber scheint auch es ganz vernünftig zu sein habe ich vorhin gefunden hier würde ich aber auch die hersteller kontaktieren je nachdem wenn ich das produkt schon gefunden habe das schlagwort eingetippt habe einfach mal kontaktieren und los geht's das war's für heute wenn noch fragen sind einfach in die kommentare abonniert meinen kanal wenn noch andere videos gewünscht sind zu bestimmten thema einfach schreiben und ich werde dieses machen und wir sehen uns vom nächsten video